Ach, jetzt sollen wir schon wieder weg gehen? Ja, okay. So. So. Do it. So, einmal um die Ecke. Da hoch, da runter. Ja, komm. Perfekt. Einmal da in Elegance hoch. So, komm Marine. Einmal hier am Böppel ziehen. Komm. Geh doch. Ja, komm hier wieder in den Raum. Ja. Ja. Ja, la, la. Leca, leca. Uh. Uh. Leca, leca. Oh. Die Hochkrux. Oh. Hier ist doch schon mal eins. Mhm. Jetzt fehlt nur das. Jo, machen wir. Oh, wow, wow. Gefährlich. Ja. Okay, es geht anscheinend schon los. So, einmal aportieren. Und wieder zurück. Hat aber nichts gebracht, was ich da gemacht hab. Ach, man kann auch in der Suppe stehen. Hm. Ach, hier muss man einfach nur weiter gehen. Okay, hier können wir dann also... Gut, einmal hier dieses Gerät ausritzen. Ich finde es toll. Vielleicht auf dieses Ding. Das ist geil. Maha, hör auf hier, Mummzen. Das reicht mir auch, äh. Komm her. Machen wir erst die Seite. Ja, epische Musik, genau. Entschuldigung. Schwarz Magie habe ich nicht. Wer ist denn überhaupt? Der Rorkrux und die Hand. Ach, komm. Okay, ein Gegenstand. Habe ich schon kaputt. Ist nur hier der Rest kommen. Und noch der Rest. Komm. Zack. Zack. Noch ein Pöppel kommen. Ach, egal. Wonach sieht das denn aus? Was soll man denn bitte mit sowas machen? Boah, wie beseitigt man sch... Jetzt reicht mir. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Scheiß-Level. Jetzt. Kann mir mal jemand sagen, wofür dieses... Ach so, dafür. Das ist eine Fackel, sag mir doch doch gleich. Das zieht auch Kacke aus. Jetzt können wir nicht diese Scheiß-Spinne wegfackeln. Warum muss denn das auch immer so Kacke aus? Boah, jetzt machen wir ja mal ein bisschen hier. Also... So, das kannst du, rote Jacke, Harry. So. Jetzt wird sicherlich die Brücke hochgefahren, genau. Ah, jetzt müssen wir so viele Dinge anglötschen. So. Und das letzte. Jetzt haben wir die Tür, glaube ich, fertig. Okay, Rainer. Mal gucken, was uns erwartet. Ja, mach du mal das Licht. Ich habe keinen Bock auf das Licht. Ja, jetzt gehen ja auf einmal alle online. Ich dachte, jetzt hätte ich mal auf dem Dach, wo ich die ganzen Anzeigen käme. Komm. Das könnte leicht zusammenbrechen, also... Da muss man aufpassen. Eins von fünf, ganz toll. So, zwei von fünf. Eventuell haben wir einen Kristall vergessen. Ganz toll. Ja, hier verpackt sich scheiße, ey. Genau. Und hüpf. Denn wir wollen noch gute Beleuchtung hier unten haben. Oh, ein Zehntausender. Du hast doch hier den Lampenzauber. Ja, genau. Ein so'n Vieh müsste hier noch sein. Kann der das eigentlich auch? Ich glaube nicht, aber wir können es ja mal ausprobieren. Nein. Okay. Und fertig. Genau. Ja, ja, ja. Gelb. Jetzt wäre wie in der Disco hier. Jetzt blau.